Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir haben Grund zur Annahme, dass wir in unserer Gemeinde einen flüchtigen Serienkiller haben. Ja, er trägt Santa Kostüme und Maske. Wie unheimlich. Es ist nicht so, dass die Stadt von Santas wimmelt. Er fing an, sie alle auf grausame Weise zu töten. Deputy waren sie ein unanständiges Mädchen. Weihnachten, das sind die Feiertage, an denen die Leute am ehesten durchdrehen. Heiligabend ist die schrecklichste verdammte Nacht des Jahres. Gott, Sie haben mich ja zu Tode erschreckt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!